Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call und natürlich auch in die Seiten von Corona mit einer dementsprechenden heute etwas ernster gemeinten Botschaft. Liebe Kollegen und Kolleginnen, Kollegen und Kolleginnen im öffentlichen Dienst. Ich habe gehört, ihr seid schon bei die Warnstreiks dabei, weil ihr für euren Job mehr Sicherheit braucht. Hallo? Wo ist denn eure Sensibilität für die gesellschaftliche Situation, in der wir uns gerade befinden? Das Land verschuldet sich mit Milliarden, die ja die einfachen Leute bezahlen müssen. Und ihr braucht mehr Sicherheit. Wo soll es die geben? Das Sicherungsloch, das heißt Corona. Da können wir nichts machen. Ich weiß, eure Gewerkschafter haben euch das empfohlen. Schöne Grüße an die Gewerkschaft. Du hör mal, du musst auch mal den eigenen Leuten sagen, du kannst nicht nur immer für sie kämpfen, sie müssen sich auch mal lang machen. Ein Glück, dass es Leute so wie ich gibt, die draußen noch am Arbeiten sind. Dann können wir nämlich für eure Sicherheit sorgen. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Da solltet ihr nochmal drüber nachdenken. Ich will mal an der Arbeit ran, damit es mit eurer Sicherheit besser passt. Ah ja. Okay. Ne, wenn wir mal für euch das Zeug legen, ne? Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.